und es ist nur positiv das meine ich jetzt ohne ironie ich bin gespannt ich glaube zwar nicht dass mein chef youtube-lust aber man weiß ja nicht er weiß ja wow 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 so wird das nicht ich meine ich habe ja irgendwo noch einen weg außer nach unten außer nach unten offenbar nicht kann ich mich noch retten nein au ach man lasst mich alle in ruhe nein au weg toll jetzt ist der heiltrank weg fuck so jetzt ab blöder gockel so jetzt zack blinkende augen gruselig so level 7 adlerfestung adler ich möchte mal ach ne das ist dann zu laut wenn ich das mit musik mache ach egal ich wollte eigentlich musik machen weil ich musik von dem palast cool finde wie du hier siehst hier die geschosse und wir müssen jetzt das zum einsturz bringen ok wir müssen jetzt hier einmal abriss unternehmen spielen sehr gut zerstören ich muss zerstören ich muss zerstören doch es darf nicht mir gehören doch es darf nicht mir gehören au toll ups das war ja sinnloser weg ich will die mumie anzünden brenn ach die kann gar nicht brennen das ist aber unlogisch den gockel kann ich anzünden aber keine mumie ja so dann spreng ich es halt in die luft nicht au ein herz juhu ok juhu und direkt einsetzen direkt meine etage rauf toll wie komme ich daran mit meinem bummering bummering mit dem spiegelschild das ist das item des palastes das spiegelschild boah ich kann mich dahinter verstecken juhu bin genauso groß wie der schild ach guck mal jetzt sieht den kopf ein das ist bestimmt wenn die gegner sich dann in dem spiegel spiegeln kriegen sie einen schreck und laufen weg ja boah bin ich hässlich hm so zack ah das ist die kugel die wir brauchen ja ich kann habt ihr ja schon angekündigt der palast ist sehr äh langatmig gut ich hoffe du hast viel zeit mitgebracht ja passt schon sehr viel zeit mitgebracht sehr viel zeit was ist sehr viel zeit fünf stunden fünf stunden naja ja ja das war knapp das ist die säule eine von den vier säulen mhm ja na dann erzählt die immer noch was ist das denn für ein ding ne einfach nur ne kugel das ist so ein panzer kugel panzer kugel panzer kugel boah so jetzt muss ich erstmal wieder das ding umwerfen da na wie mach ich das höp am besten so wie eben ach man ich muss morgen wieder muss morgen früher losfahren noch früher hm nein hä was versuchst du gerade ich versuch den schalter umzulee ne 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 ein ne 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 gemischt ne 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 So, dass das jetzt oben ist. Jetzt ist er nämlich auf der anderen Seite. Das sind jetzt unten, wo wir gerade waren mit der Säule. Ach so. Ja! Siehste? Ah. Au. Jetzt gehen wir aber erstmal hier gucken, was hier noch ist. Zack. Zack. Falsch. Au! So, und wir finden die Karte! Die Karte. So, mal gucken, wo uns der wie Kind führt. Waaah! Laser! I'm firing my laser! So, die nehmen wir mit. Stirb! Yeah! Wie viele sind das? Vier, ja? Ja. Au! Wer schreibt mich denn jetzt an? Ach, egal. Die wissen, dass ich aufnehme. Es sei denn, die haben mir nicht zugehört! So, lass mich in Ruhe. Pinguine! Was? Pinguine? Ja, ein bisschen sieht so aus. Arcus. Akus. Was schreibt er mich denn jetzt an? Caro. Pic ist das. Egal. Pic. Pic. Gib mir Pic! Pic? Nein, gib mir Herz! Mann! Nein. Nein. Wen ist das? Caro? Caro kommt nach dem Herz. Toll. Einfach draufhauen. Irgendwann passt es schon. Nein. 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 Toll. Ich hasse euch. Caro. Pick. Kreuz. Ach, weißt du was? Hier gibt es sowieso nur den Kompass. Uah! Megawürmchen. Hm. So. Ich will das Ding doch mal haben. Nein! Pick! Pick! Bleib doch zusammen! Bleib zusammen! Bleib zusammen! Jetzt sagt doch der Kompass. Und neu 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 neu! Okay. Uh! Ein akustisches Signal, das ich natürlich nicht hören kann, weil ich den Ton ausgestellt habe. Das ist ja sehr hilfreich. Hm. Was machen Leute die taub sind? Das ist eigentlich ein bisschen Diskriminierung, ne? Ja. Ja. Eigentlich schon. Dann müsste das noch hier so als Textes kommen. Yep. Toll. Oh... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Hm. Au! Hier hat mein Boomerang! Boomerang. Boomerang! Boomerang! Hm. Na hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich weiter. Mein Gott ist doch gut